Herzlich Willkommen an Bord und herzlich Willkommen in Monster! Ich wünsche euch viel Spaß bei der Fahrt! Wir bringen Schwoll in die Kiste! Es geht los! Jetzt schau ich mir die zweite Bordstube gleich! Ich bin nicht in 3 Minuten! Ich bin nicht in 3 Minuten! Achtung Ende der Fahrt! Ich bin nicht in 3 Minuten! Ich bin nicht in 3 Minuten! Wir kommen mit den Höhepern! Ja, willkommen im Kettbewerb, willkommen im Kettbewerb. Und die besten hier ist weg. Du wirst ja hier in der Fahrt rekommendieren. An Reko, was wollen wir? Das ist anders gesagt. Okay. Sorry, das war ja richtig was zu rekommendieren können. Über den Satz jetzt nicht. So, Freunde, Freunde! Deine Stelle! Ja, besprochen! Die Augen sind durch. Die Augen sind durch. Das ist immer klasse! Ja, klasse! Ja, klasse! Unser Schönen Auf und Wieder immer wieder. Da sind wir schon die leichte Welle. Nein, ich will alle heißen. Die Augen sind durch. Die Augen sind durch. Ich mache gerade immer noch neue Videos. Das stimmt. So Leute, das ist ein Montag hier, das ist ein Montag bitte. Na ne, die haben wir die Aufschlüsse. Es ist ja aufgepasst, hier ein Zweigwöldig, schon in die Piste, wir schaffen die Motoren, es geht aus, wir lassen uns los. 2.40, da muss Gas geben, vielleicht drei Minuten los. Wir lassen sich auf die Wahrheit. 3.40, da muss Gas geben, vielleicht drei Minuten los. 3.40, da muss Gas geben, das war es. Ja! Univ-Cup ist alles.